So, die Klasse 6 ist unterwegs, der direktlegen Oka-Karpeck vollgereifert geht durch! Von hinten auf drei! Die Klasse 6 ist wieder vollgereifert, der direktlegen Oka-Karpeck, Stefan Scharfenberg, vollgereifert! Und die 600-Undradie, das X-Panier vermieden, Neusch. Das ist Dorsten Schiefer, in den Wegkrieg hat sich da gleich ein super Vorsprung ausgefahren. Die Klasse 6 ist wieder vollgereifert, der direktlegen Oka-Karpeck. Ja, die Klasse 6 ist wieder vollgereifert. Und die Klasse 6 ist wieder vollgereifert. Und die Klasse 6 ist wieder vollgereifert. Die City ist hier super gut unterwegs. Das muss man aber nicht. Das ist eine Scheißposition. Ich denke, die sind da aber stressig. Zwei Runden jetzt noch zu fahren für den Führer. Drei Vita. Auf geht's. Rufbautor, die letzte Rücke läuft jetzt. Rufbautor, die letzte Rücke ist ein Sieger. Zweiter Luca Camping, dritter Stefan Scharfenberg. Vierter Volker Reifert. Fünfter Rufbautor. Sechster, Vierter Meier, siebter Fransburg. Und Lukas Hentsch.